Töten, töten, töten! Schon 2,8er KD Hab davor auch grad die Runde gewonnen Mit 30 zu, ah schon 10 Oder so war jetzt nicht so der Oberscore Aber Frei für alle, gewinne ich so Und zu 90% jedes Spiel Schon extrem geil Und, äh, ja Ich komm mal von McFit Extrem kaputt, aber ich wollte jetzt Unbedingt nochmal ein Video machen Ist der jetzt tot? Ja, der muss tot sein Und der schlubbt jetzt auch hier Der Hund Der hat eine 1,6er KD, er ist Level 7 Mal so Ich wollte schon sagen, dass Der mich gemessert hier Ah, ja, natürlich hat der mit seiner ACR, hat der, ist der besser Aber, ja, ein P7 mit Schnellfeuer Dann schalte er einfach so richtig Nur, ich bin heute mal unterwegs Und, äh, er Campt hier, ha Schön, Hedi haben wir ihm gegeben So muss das sein Hier kämmt keiner Ja, ich bin jetzt Erstmal, ey, ey, ey Ey, ey, wir sind doch Komplett woanders an Jetzt mal ehrlich Erstmal mit Schnellfeuer So, okay Angeblich Ich verliere hier gerade das Spiel Aber ich bin jetzt fünf Tage lang allein zu Hause Mitten in der Woche Extrem geil Meine Mom ist in München, glaube ich Ey, verpiss dich mit deiner Scheißgranate und du liegst da auf dem Boden Du bist doch behindert, Alter Du kleiner Knecht, ey Und ja, ich wollte heute nochmal Über ein paar Themen reden Jetzt fällt mir mein Themenzettel fast runter Knecht, Huprecht So sieht's aus, ja Und zwar, wenn ich Mann, ey, dieser Ey, der liegt da, der liegt da Alter, ich raste aus, Mann Okay, ey Ich hatte überlegt So ein kleines Special, wenn Ich Black Ops 2 Früher bekommen sollte Wollte ich ein kleines Spezial machen, ja Ey, wo kämpfst du denn, Alter Hallo, der Türke Mit Attentäter Das können sie Ich hab ja nichts gegen die Türken Aber, also Attentäter spielen, das können sie auf alle Fälle Und die Prater geht jetzt auf mich Mann, Alter Der Level 8, Mann Ja, nee Ich wollte ein kleines Spezial machen So Ja, das wird eine Überraschung Was ist denn los mit dem Wie viele Philipp Macker War die MP7 nicht mehr overpowered Ihr kleinen Stricher Von Activision Ihr kleinen Zigeuner, Alter Wo bist du, du, hier Und Und, ja Wo, wo, wo Jetzt bauen sie an Extrem gut Ich lieg übrigens so hinten Das wäre jetzt mein erstes Spiel seit Vier Tagen Was ich verlieren würde So, und jetzt wirklich Also Ich wollte noch keine Spiele verloren Irgendwo ist ja einer Hat die Treppe hochgelaufen Was ist dieser Knecht Was ist denn da Ja Noob, noob Natürlich Mit Herzschlagssensor Er will mich verarschen Er will mich verarschen Ist das ein Hurensohn Mann, ey Du kleines Mistkind, Alter Du kleiner Fotzenknecht, ey Locker ist jetzt 12 Jahre alt, Mann Semtex jetzt hier rübergeworfen, Mann Du kleiner Vollfost, Mann Irgendwo war doch ihr Auto, ey Ja, würde ich gerade sagen Ja, Level 8, Alter Er hat schon Oh nein, ey Er hat die MP Ja, natürlich hebt er Meinen MP7 auf Der Knecht War nicht mal Munition drin Ey, ich verliere dieses Spiel, Mann Fuck Aber dann Habe ich, äh Mir vorgenommen Jetzt neues Internet Mit mir zu bestellen Und Alle Noob-Tuben jetzt in MB3 Das können sie nicht Die spielen Bei der Sniper mit Attentäter Und Noob-Tuben Ey Die wollen alle diesen Scheiß verfickten Goldenen Titel haben An diesem Prestige-Titel Dropshot Und da passiert auch nichts Er ist ein Jedi Er ist ein Jedi Ja, dann wollte ich mir jetzt Neues Internet zulegen Extra für YouTube Ich war ein bisschen schneller Uploaden kann Aber Äh, ja Irgendwie kriegt es keiner Bei mir hin Irgendwie eine 50.000er Leitung Aufzubauen Irgendwie Fehlt da irgendwas Keine Ahnung Hegt mich extremstens auf Wirklich Krieg nicht mal eine gute Internetverbeinigung Hab sogar Marcel Davies Schon auf Facebook geschrieben Dass er ein Knecht ist Dass er an seiner Werbung lügt Dass er überall Internet hat Der kleine Roden Ey Er ist Level 10 Und er kann mit der UMP Schule reden Dass man das alles So ein bisschen ernster nehmen sollte Ich bin wirklich gerade Als zehnte Klasse Und das ist das wichtiger Ja Und Ich bin nämlich gerade Extrem Also Schulläufe Bei mir extrem gut Und war klar Dass die Predator Auf mich geht Wo es jetzt noch mal So halb läuft So Halb Naja Oh MP7 mit Schnellfeuer Ist mir scheißegal Ich nehme keine Rücksicht mehr Auf die kleinen Mongolien Was auf Er gilt mich Er gilt mich Was auf Er gilt mich Er gilt mich Ja Ja Verloren 25-14 Dreckscore Dreckscore Okay Ich wollte noch sagen Dass das Flame Video Auch noch kommen wird Jungs Also ich arbeite daran Gerade Ein bisschen Geduld Es soll ja wirklich perfekt werden Und der Level 11 Hat gewonnen Ich verstehe es nicht Alter Mit 30 zu 19 Ja egal Ich hoffe Euch hat es gefallen Gebt dem Video doch Einen Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Einen Daumen nach unten Wenn es euch nicht gefallen hat Macht es gut Wir hören uns Haut rein Und ciao Einen Daumen nach oben Einen Daumen nach oben